Das Jolifin Pediküre Tool 3 in 1 liegt perfekt in der Hand. Es bietet dir gleich drei Anwendungen in einem Gerät. Die kleine Edelstahlraspel sorgt für punkturiertes Arbeiten an eng begrenzten Stellen. Für die natürliche, großflächige Behandlung ist der Keramikstein bestens geeignet. Mit der Sensibilisierungsfläche aus hochwertigem Korund schließt du die Behandlung durch eine sanfte Nachbearbeitung ab. Das Jolifin Pediküre Tool 3 in 1. Damit können sich deine Füße wieder sehen lassen. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.